Bist du Jungfrau? Keine Antwort. Wie bitte? Keine Antwort. Oh, not here in Frankfurt, all. Ich bin hier mit... Stella. Prinz. Welche Frage hast du an sie? Wie alt bist du? 17. Woher kommst du? Nigeria und Jamaika. Was machst du für Hobbys? Mit Freunden rausgehen, Fußball, Boxen, ja. Bist du Jungfrau? Keine Antwort. Wie bitte? Keine Antwort. Bodycount? Keine Antwort. Stehst du auf der Allianz, Jungs? Nein. Wie alt bist du? 17. Auf welche Mädels stehst du? Auf alles. Hauptsache es hübsch. Was sind so deine Hobbys? Ich spiele Basler, Klavier. Und wie oft bist du hier in Frankfurt? Ich wohne hier. Ich bin hier geboren. Ich bin ein stolzer Frankfurter. Was ist so dein Bodycount? 2. Okay. Und jetzt umdrehen. Ist 2-4 okay, wenn Bodycount 2 ist? Ja. Wie findest du die Style hier? 1-10. Mehr nicht nur die Style. 7. Wie findest du die Style 1-10? 0. Willst du gerne Indite, ja oder nein, und begründe das? Nein, weil es nicht so mein Typ ist. Weil, er steht ja so auf Darkskin, Darkskin. Ja, aber er ist fass. Ja, er ist lightskin. Bist du Darkskin oder Beisskin? Lightskin. Hä? Guck mal, du bist schwarz und so. Ich bin auch schwarz. Und er? Er ist lightskin, also ein bisschen lighter. Ja, aber er ist auch schwarz. Er ist black, yes. Black, black. Okay. Okay. Willst du gerne Z-Daten, ja oder nein, und begründe das? Oh, hey, oh na. Auf gar keinen Fall. Willst du gründe? Boah, ich krieg wie bei Ellef diese männlichen Vibes ein bisschen. Aber lass uns Instagram oder WhatsApp tauschen zum Connection. Na, das ist gut. Gar kein? Nein. Willst du Instagram tauschen? Hey, oh na. Hey, oh na. Leute, so traurig hier in Frankfurt. Kein Date mehr. Es tut mir leid. Folg für mehr.